Hallo, mein Name ist Gomero und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Karrieremodus mit Borussia Dortmund. Ja, wir spielen heute gegen Ingolstadt. Ein sehr, sehr spannendes Match, wo wir heute auch mal die B-Elf antreten lassen können. So, meine Freunde, da sind wir wieder. Ich habe ein bisschen durchgewechselt. So sieht erstmal das Team aus. Toprak und Süle müssen wir leider drin lassen, weil uns die Innenverteidiger so langsam ausgegangen sind. Can ist verletzt. Badra ist immer noch verletzt und die anderen sind nicht hundertprozentig fit. Deswegen müssen wir Toprak und Süle noch drin lassen. Ich hoffe mal, dass wir gegen Ingolstadt nicht allzu viel zu tun haben in der Innenverteidigung. Ansonsten Schmelzer und Paslak bilden die weitere Vierer-Kette. Merino, Rode und Götze werden spielen. Moa, Pulisic und Ramos werden auch spielen. Also wirklich eine B-Elf von uns gegen Ingolstadt, aber das haben sich die anderen mal verdient. Es gab zwei sehr, sehr harte Spiele hintereinander innerhalb von wenigen Tagen. Und ich denke mal, das haben sie sich verdient, dass die erstmal ein bisschen Pause machen können. Und wir gehen einfach mal ins Spiel gegen Ingolstadt. Also bis gleich. Hallo und herzlich willkommen im Signal Iduna Park zum Bundesliga-Match Borussia Dortmund gegen Ingolstadt. Ja, das wird der Dritte gegen den 17. Ingolstadt muss sich heute beweisen. Sie wollen natürlich den Klassenerhalt packen und das wird, ja, ziemlich, ziemlich schwer. Ja, wir haben wenig Punkte gesammelt in dieser Saison und jetzt geht es auch noch gegen Borussia Dortmund. Auch wenn Borussia Dortmund heute mit der B-Elf antritt, wird das ein schweres, schweres Spiel. Hier sehen wir die Konstellation. Es ist schwer für Ingolstadt, das irgendwie zu erreichen. Wir sind auch ziemlich, ziemlich nah am Saisonende. Und dann auch noch gegen Borussia Dortmund. Das wird schwer, irgendwie den Klassenheld zu schaffen. Hier sehen wir Borussia Dortmund mit Schmelzer, Toprak, Süle, Passlag, Weidenfäller im Tor, Merino, Rode, Götze, Puglisic, Mohr und Ramos im Sturm. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie Ingolstadt hier gegen uns antreten wird. Könnte eine interessante Partie sein. Hier ist die Startelf von Ingolstadt mit Nieland, mit Subna, Tisserand, Bregueri, Kitz, Jorah, Roger, Christiansen, Cohen, Kittel, Sonny Kittel und Leszano und Hartmann in Offensive. Ja, auf jeden Fall ein spannendes Match, denke ich mal. Vor allem, wie, ich bin sehr interessiert, wie die Belf von Dortmund hier spielen wird. Klar, es ist noch ein Götze dabei. Es ist noch ein Süle dabei, ein Toprak. Es ist keine komplette Belf. Aber größtenteils, größtenteils Spieler, die relativ selten gespielt haben. Hier stimmen sie sich nochmal ein und wir gehen einfach los. Anstoß hier im Spiel. Unter Regenverhältnissen, ne? So ein bisschen Regen ist auf jeden Fall hier in Dortmund. Ich hoffe nicht, dass es das Spielen irgendwie erschwert. Oh, stark von Mohr. Jetzt auf Ramos, schade. Kitz, Jorah ist sehr gut da. Passt hervorragend auf und klärt erstmal zum Einwurf. Naja, das waren so ein bisschen die technischen Unzulänglichkeiten. Ramos. Und Mohr mit dem Schuss. Nieland ist zur Stelle. Der Ball wurde nochmal gefährlich. Ich glaube nicht, dass es heute sehr viele Offensivaktionen von... Oh, stark! Von Ingolstadt geben wird. Pulisic vielleicht mit dem ersten Schuss und dem ersten Treffer. Das ist es. Christian Pulisic mit dem 1 zu 0 nach sechs Minuten. Starkes Ding von Christian Pulisic. Hat sich hervorragend freigelaufen. Hat sich hervorragend freigelaufen und war frei vom Tor. Da hat Ingolstadt geblendet in der Verteidigung. Ramos hat ihn gut gesehen. Ja, und er ist auch ein schneller Mann. Macht das Ding hervorragend. 1 zu 0 für Dortmund. Starkes Spiel von Christian Pulisic. Roger jetzt. Mal gucken, wie Ingolstadt reagiert. Werden sie offensiver agieren oder wollen sie weiter vorsichtig bleiben? Roger. Cohen. Stark gemacht auf Lesano. Cohen. Und da ist Cohen mit dem Schuss. Weidenfeller ist da. Stark gemacht. So, und die Kittel mit der Ecke. Gut reingeschlagen. Torprack ist zur Stelle. Aber weiterhin Ingolstadt am Ball. Also sie versuchen hier was hinzukriegen. Oh, gut geblockt. So, Götze. Rode. Ah, da ist Mohr. Äh, Ramos ganz frei. Ramos. Amra Mohr. Stark. Ramos. Schön weiter auf Passlack. Passlack. Ah! Schöner Gedanke von Passlack. Ja, defensiv wirklich keine Probleme aktuell für Dortmund. Mohr. Ah, schwacher Ball. Schade. Hartmann. Cohen. Aber, Ingolstadt macht Dampf. Aber nicht Dampf genug. Rode. Oh, starker Ball auf Mohr. 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 Das ist es. Emre Mohr mit dem 2 zu 0. Nach Christian Pulisic macht auch Emre Mohr das Ding. Die jungen Wilden begeistern. Er rennt direkt zum Trainer, bedankt sich. 2 zu 0 hier für Dortmund. 1 zu 0 von Christian Pulisic. Und dann Emre Mohr mit dem 2 zu 0. Starkes Ding. Starkes Ding. Er hat auch sehr, sehr gut gemacht. Er hat ein guter Abschluss von ihm. Das ist ein zweites Tor, glaube ich, für Borussia Dortmund in dieser Saison. Hat er sich echt verdient. Er hat sich auch die Chance verdient, heute zu spielen in der Startelf. Trainiert immer sehr gut und sehr fleißig. Nur seine Ausdauer ist manchmal nicht so doll. Messano. Süle rückt raus. Kommt jetzt nicht hinterher. Da ist der Schuss. Weidenverleister. Ecke aber trotzdem für Ingolstadt. Kittel. Süle versucht den Ball noch irgendwie zu klären vor dem Eckball. Ja, der ist auch platt. Niklas Süle ist richtig platt. Pulisic. Oh, schwacher Ball auf Cohen. Der schießt. Oh, knappes Ding. Cohen macht ein richtig gutes Spiel. Also das ist auf jeden Fall der Spieler für Ingolstadt, der am meisten auffällt. 43 Minuten gespielt. Dortmund macht das souverän hier. Oh, sehr gut von Rode. Auf Ramos. Uh, gute Chance. Gute Chance. Schade. Auch Ramos gönne ich hier das Tor. Hier sehen wir es nochmal. Rode. Sehr stark gespielt. Ramos schießt. Ah. Hei, hei, hei. Und das ist es. 2 zu 0 zur Halbzeit für Borussia Dortmund. Ja, relativ lockere Führung hier. Ansonsten Bremen liegt hinten gegen Leipzig, Augsburg 1 zu 1. Frankfurt führt 1 zu 0 gegen Hamburg und Hoffenheim 1 zu 1 gegen Bayer 04. Also alles noch im Rahmen. Ich denke, wir gehen unverändert in die zweite Halbzeit. Läuft ja bisher ganz gut. Christian Pulisic und Emre Mohr mit den Toren. Zur 2 zu 0 Führung hier für Dortmund. Pulisic machte ein gutes Spiel. Emre Mohr. Rode wieder auf Emre Mohr. Götze. Uh. Guter Schuss von Mario Götze. Stark gespielt. Jetzt auf Mohr. Mohr. Oh, ist der schnell. Mohr mit dem Ding. Was war das denn? Was war das denn für ein Ding? Emre Mohr mit dem 3 zu 0. Mein Gott, hat sich der Typ stark durchgesetzt. Wie stark war das denn? Hier sehen wir es nochmal. Er läuft und läuft und läuft. Hier fällt er nicht. Nochmal, andere Leute hätten sich da fallen gelassen für den Elfmeter. Er setzt sich einfach weiter durch und schiebt den Ball locker ein. An Nöland vorbei zum 3 zu 0. Das war ein bockstarker Spielzug hier von Emre Mohr. Super Dribbling. Und eben das 3 zu 0. Also, Mohr versucht sich tatsächlich irgendwie zu beweisen. Er will, glaube ich, in die Mannschaft. Beweist das auch ganz gut. Und mittlerweile hat er auch, glaube ich, genug Ausdauer, dass er hier ein ganzes Spiel durchhält. Und der lange Ball. Da müsste aber Top-Prak hinkommen. Ja, kommt auch. So. Und wieder Rode. Wieder Mohr. Oh, schade von Ramos. Schade, schade. Oh, wieder stark. Ramos. Oh, das war ärgerlich. Passlock. Oh, mein Gott. Oh, wenn der dann auch noch das Ding gemacht hätte. Das wäre ja der Wahnsinn gewesen. Strippenzieher ist auf jeden Fall Rode mit einer Passquote von 90%. Lauft jetzt dann zwei Kilometer. Ja, und Hesse 20 von 22. Ich denke mal, wir wechseln auch jetzt. Rode ist leider platt. Auch wenn er der Strippenzieher ist, er ist leider platt. Ich denke, dass wir Sahin dann auf jeden Fall eine Chance geben. Schürrle darf jetzt, glaube ich, auch für Christian Pulisic rein. Ansonsten bin ich, glaube ich, eigentlich zufrieden, muss ich sagen. Eventuell Carrasco noch für Ramos. Oder Cargava für Götze, denke ich. Dann sind wir auch durch mit den Auswechslungen. Haben alle eine sehr, sehr gute Leistung gebracht. Muss ich zugeben. Pascal Groß kommt jetzt auch für Cohen. Hartmann. Weiter Ball. Da dürfte eigentlich Pascal Hinkommen. Ja, kommt auch. Aber verliert aber den Ball an Lex. Roger. Hartmann sehr stark durchgesetzt. Da ist der Schuss. Weidenfeller ist zur Stelle. Auch eher ein gutes Spiel. Und hier nochmal die... Weidenfeller. Wahnsinn. Ja, ich denke, das wird es auch gewesen sein. Ja, das war es auch. Nach zwei Minuten, auch wenn er drei Minuten Nachspielzeit angezeigt hat, nach zwei Minuten pfeift er ab. Der Schiedsrichter. Dortmund gewinnt hier 3 zu 0. Ich denke, absolut verdient. Ingolstadt hatte keine große Chance hier gegen Borussia Dortmund. Ein wichtiges Spiel für uns. Wir haben mal wieder klargemacht, dass wir eine gute Mannschaft haben, auch in der Hinterhand. Auch die B11, auch die Reservisten sind sehr, sehr stark. Ich denke mal, das war eine hervorragende Partie. Wir gucken uns die anderen Ergebnisse an. Leipzig gewinnt 2 zu 0. Augsburg gewinnt 2 zu 1 gegen Freiburg. Frankfurt 1 zu 0 gegen Hamburg. Und Hoffenheim gewinnt gegen Bayer 04 Leverkusen. Das heißt, wir sind an Bayer 04 Leverkusen vorbeigezogen. Das ist sehr, sehr wichtig. Gucken wir uns nochmal ganz kurz die Scout-Berichte an. Die haben wir ja schon gemacht. Dann machen wir mal weg hier. Ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Wir sind jetzt an Bayer 04 Leverkusen vorbeigezogen. Sehr wichtig. Sind jetzt, ja, gut, die Bayern spielen noch leider. Sind jetzt auf jeden Fall 2 Punkte an Bayern dran. Aber ich denke mal, wenn sie gewinnen, sind es wieder 5 Punkte. Also wir haben auch in der Hinterhand die zweite Mannschaft. Eine sehr gute Truppe beisammen. Also das ist eigentlich ganz geil. So, und wir trainieren mal wieder. Ich denke mal, LeCount darf sich beweisen. Er darf auf die 64 gepusht werden. Groß auch. Pulisic, Guerreiro. Ich glaube, Guerreiro brauchen wir jetzt erstmal nicht. Gucken wir mal ganz kurz, wie wir noch trainieren können. Passlack. Süle. Ja, Süle können wir eigentlich auch wieder trainieren. Der ist kurz vor der 83. Merino brauchen wir nicht. Weigel können wir auch wieder trainieren. Aber ich habe mich, glaube ich, schon relativ entschieden, Süle zu machen. Damit er auf die 83 geht. Gucken wir mal, was empfohlen wird. Ja gut, er ist ja eigentlich gar nicht mal so schlecht grundsätzlich. Also abfangen, faire Zweikämpfe. Ja gut, dann machen wir, stärken wir ihn in der Defensive. Mal gucken, ob er sich da pusht. Jetzt bin ich gespannt. Wie entwickeln sich unsere Leute? Ja. Pulisic ein bisschen groß, ein bisschen. Emre Mohr eher nicht so. Ich denke mal, dass wir bei Emre Mohr auch das nächste Mal das Training wechseln, damit wir was anderes trainieren. Also jetzt haben wir auf jeden Fall genug Ausdauer bei ihm trainiert. Spieler ist auskuriert. Okay. Wer ist auskuriert? Emre Can kann wieder spielen. Sehr schön. Emre Can kann wieder spielen und wir haben ein Angebot von Spanien erhalten. Spanien ist natürlich eine interessante Nationalmannschaft, aber ich denke mal, wir warten, wenn dann, auf Deutschland oder gar nichts. So. Wir können auf jeden Fall wieder trainieren. Ach nee, können wir nicht. Wir können jetzt gleich wieder trainieren. Ich denke mal, dass wir tatsächlich bei Emre Mohr mal was anderes machen. Durchsetzen hat er jetzt genug gemacht. Mal gucken, wo die anderen Sachen sind. Abschluss sehe ich eigentlich gar nicht mal so schlecht an. Ja, ich glaube, Abschluss können wir jetzt auf jeden Fall nochmal trainieren. Also ich habe das Gefühl, dass er Ausdauer nicht mehr so krass mehr pushen kann. Ich weiß nicht so recht. Ich weiß echt nicht so recht, ne? Also Beweglichkeit kann er eh nicht mehr wirklich viel machen. Dribbling. Auch nicht mehr so doll. Ach komm, wir machen jetzt nochmal Schussgenauigkeit, damit er sich ein bisschen da pusht. Und dann gucken wir uns die anderen auch noch an. Die anderen trainieren auch mal ein bisschen weiter. LeConte hat sich jetzt auf die 64 gepusht. Also der entwickelt sich hervorragend. Muss man ja sagen. Und ist schon wieder auf der Hälfte von 64. Also der könnte für das nächste Jahr tatsächlich eine Option sein. Pulisic, ja, einigermaßen. Ja, es muss besser werden. Es muss alles besser werden, Freunde. So, das nächste Spiel wird gegen Schalke 04 sein. Das Derby gegen Schalke. Eine sehr interessante Partie, definitiv. Wir spielen auf Schalke. Wir gucken uns mal ganz kurz noch die Nachrichten an Pressekonferenz. Ja, die machen wir natürlich mit. Und wir werden natürlich Schalke verunsichern. Ganz klare Sache. Und Spieler ist auskuriert. Ousmane Dembele kann wieder trainieren. Sehr schön. Das gefällt mir doch. Monatsbericht, Jugendmannschaft, die schauen wir uns natürlich auch an. 80 bis 90 hat der Potenzial krass. 83 bis 93 ist noch krasser. 78 bis 84. Was hat der? 57 gesamt. Tobias Klein, 84 bis 90. 80 bis 86. Das ist schon echt nicht schlecht, was wir in der Hinterhand haben in der Jugendmannschaft. Also da können wir echt noch große, große Stars entwickeln. Das ist schon mega heftig. Dann hauen wir das mal wieder raus. Nachricht von zwei von Spielern. Ein Vorschlagtrainer. Okay, was die kommende Partie angeht. Ich bin in letzter Zeit sehr gut in Form und fühle mich wohl. Ich hoffe daher, dass ich im nächsten Spiel nicht auf der Bank sitzen werde. Okay. Die bevorstehende Partie ist ja wirklich wichtig. Blablabla. Dass es besser wäre, wenn ich anstelle von Pulisic. Was? Der will ja auf den linken Flügel oder was spielen. Nee. Du wirst schon im Sturm spielen, mein Freund. Ja, gegen Schalke werden wir auf jeden Fall mit der Bestbesetzung antreten. Das ist auf jeden Fall das Ziel. Juli, ich bin auf jeden Fall mit dieser Folge fertig. In der nächsten Partie geht es ans Derby gegen Schalke 04. Da bin ich sehr gespannt, ob wir da auch wieder rocken werden. Und ja, ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Lasst ein Abo da, wenn ihr weitere Folgen nicht verpassen wollt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht es gut und ciao. Bis zum nächsten Mal.